Hallo und herzlich Willkommen, wir fahren heute mit der Linie 301 mit dem vollen Interkartberg-Bahn-Meth Zilleberg-Fußbetrieb. Wir fahren jetzt dann gleich. Wir fahren vielleicht den Storn oder so. Guten Tag. Klappeckerstraße. Klappeckstrasse. Klappeckstrasse. Alles mal einsteigen. Hallo. Einsteigen bitte. Ja. Hinzu. Klappeckstrasse. Nuller Straße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es wird mir langweilig, wenn ich langsamer fahre, aber es wird schneller. Na, nur Autos kommen noch unten gleich weg. Hallo Polizei, können Sie was tun? Na, die ignorieren mich. Die ignorieren mich. Die ignorieren mich. Zilleberg, in Stadt 7, in Dallauernstelle. Dank Sie bei der Fahrt bei mir. Wenn Sie die Gefahr zu fahren lassen, haben Sie viel Spaß. Doch ich denke Sie dann auch. Ja, ich fahre schneller als die anderen Busfahrer. Ja, ich habe Rosso 50 wieder fahren. Danke. Dann werde ich bald die Schicht nachdem machen, die Schicht enden. Mal schneller zu Dach. Seat, der Busfahrer. Freunde, du hast die Regen nicht offen. Bus. Tonic. Tonic. Danke fürs Zuschauen. Lässt ein Like da. Ja, Leute. Begt weniger euch auf. Da werde ich euch raus schmeißen. Schau wie schön der Bus ist. Oh, Motorklatte. Da ist gar nichts sofort da vorne. Da ist der Kühler drinnen. Da kann man nicht die Spiegel. Da spreche. Da när man wieder erwartet. Da ist ja auch ein Feine. Da kleinesen kann man nicht nicht mehr. Da habe ich noch nicht mehr so. Aber da bin ich.